Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. 9 Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis